ja hi und willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zu let's play king der mars 3 jetzt wollen wir die spielzeugkiste abgeschlossen der von toy story und jetzt würde ich sagen machen wir uns auf zur letzten welt die uns zur verfügung steht und zwar das königreich von corona ich habe so ein verdacht wieso sind wir in twilight town ja so ein verdacht ich weiß welche welt das ist aber wenn man nicht hundertprozentig sicher aber egal wenn wir sehen wenn wir dahin kommen ich würde sagen wir bräuchten jetzt mal direkt darauf schnell ja das ist ziemlich offensichtlich doch ich habe mir vorgenommen ein anderes gummi schiff zu bauen nachdem wir also diese welten hier abgeschlossen haben so wen kriegen damals 1 weil da hat man ja auch erst weil sie nicht wunderland tiefer dschungel arena aus olymps dann hat man einen haufen neuer welt wie akaba und so und da habe ich dann immer mein gummi jet erst verändert und dann hat man nur noch die letzten beiden welt noch europäischen und ende der welt da habe ich auch noch mal neues gummi schiff hergestellt also stürmer in bestimmten orten in der story neues gummi schiff hier bauen wenn wir mal zwei konnte man ja wortwörtlich hier war ein verloren gummi schiff auswählen anschein einzubauen also nur mittels bist also nachdem wir diese welt abgeschlossen haben und wenn wir den nächsten haufen von welten frei geschaltet haben nehme ich mal wenn ich schon gut ja ein neues gummi schiff gebaut haben und das bedeutet natürlich wir sollten vielleicht mal hier gucken woran ist das ob wir hier mal als abgeschlossen gekriegen in diesem gebiet ich bin das ding zum beispiel mal gerne kaputt ich habe das schon mal versuchten aber es geht nicht ganz schnell stärker kann nur irgendwie sowas keine ahnung da gibt es noch einige gibt es noch so einen schatz dingen irgendwie glaube ich das würde ich mal gerne finde ich fliege irgendwie so random welche gegend also da bin ich irgendwie noch nicht durchgefahren glaube ich wir sind zwei sterne das war der arbeit machen jetzt war ja alles noch nicht so schwer da ist ein boss also den den wir schon besiegt haben ja noch mal einfach mal oh gott wir müssen wir kaputt kriegen bevor wir sterben wenn wir datieren ja fahrungspunkt oder sowas wer weiß wie wichtig dass irgendwann sein wird also ich möchte am besten so schnell wie möglich ich habe ich werde dann ablaufen wird wird dann unser bereich vergrößert wo wir durchfliegen können wenn man ein neues gebiet und wie kommen wir mal neue welten freischalten würde mich interessieren aber welcher sehen irgendwann wir haben wir brauchen wir haben ein bisschen auf ich weiß man nicht genau was das bringt ich nehme an wir werden dann halt stärker aber ich weiß es noch nicht so nach prozent also ich finde man da hier alles heraus knöchelgummi ja ich habe mich aufgelandelt ja okay gehen wir mal ja da habe ich irgendwo eine karte oder so ich habe schon wieder hier hin zu fliegen ohne irgendwo richtig zu landen ich muss noch so ein schatz wegen im jahr freischalten also muss ich nicht weiter ein aber ich hätte jetzt halt gerne man könnte dadurch ja nicht gott ich will mal gern das heißt auch ganz hinten irgendwo oben was hat denn da ist so ein vulkan lass mal da hingehen vielleicht kommen wir ja da rein ja sieht sehr gefährlich aus erstmal reingehen hier sind diese schatzdinger das 1 jedenfalls klick einfach mal dadurch was kann schon passieren ich meine schönes auch sehen können ist ob wir alle sterben das ist ein kristall koma diese dinger sind erfahrungsmitte so wie ich kann ich nicht kaputt man ist auch nicht vorgesehen auch noch die auge die 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 fünft die sie irgendwo da habe ich so weit nach oben so können wir keinen schaden dadurch auch das hat dinge da kann man zur nächsten welt will ich jetzt mal so sagen zur gleichen zeit limit hier oder weil es ja relativ wie sie mehr wie er ist ein stern du bist dann abgeschlossen was neue ausrechnungen halten das ist doch so ein kristall ich erreichte mich so wenn sie auf der karte angezeigt ja schon wäre ich kaputt mann aha und dann gehen wir zur nächsten welt ja viel zu lang wieder viel zu lahm auf weg alter ist eine ecke der unglaublich zeit dass ich meinen gummijet ein bisschen hochballer mein gummischiff meine ich wir sind voll langsam finde ich das wäre so ein weg dingen wenn ich immer noch nicht genau weiß wie die funktionieren irgendwie kann ich nicht von da auf starten obwohl hätte irgendwie so gesagt wurde neue auszeichnungen dann zeigt mal sehe ich gerade nicht okay die erfahrungspunkte jahre ist erfahrungspunkte auch gesehen wie dabei ein bisschen bewegt hat da kommt dann bestimmt auch so ein boss oder auf geht's ich glaube ich habe noch nie einen schönen ort gesehen mein ganzes leben nicht ganz am anfang noch wissert da waren wir mal na gut ich habe schon mal vorab dem film auf den diese welt basiert wenn es die welt ist von der ich obwohl ziemlich offensichtlich glaube ich empfehle habe ich nicht gesehen also ja alles glaube ich die erste welt von dem ich nicht weiß was los ist in einer welt sind bekannte oder welche auf die ich hier weil ich nicht was wusste die äußerte welt ist ein gefährliches no Tae You must stay here where you're safe. Do you understand, Flower? You must stay here. I need to see them. And not just from my window. In person. I have to know what they are. Königreich von Corona. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube Corona ist doch, bedeutet doch Licht. In Japanisch? Das wäre irgendwie komisch, weil, also von Disney, also Disney Film. Ich meine Corona, bedeutet auf jeden Fall in irgendeiner Sprache Licht oder so. Es ist sicher ein schöner Tag. Ja, das Wetter ist großartig. Es wäre perfekt für ein Picknick. Er hat die einzige Welt, die wir noch haben. Da. I'm sure we were brought to this world for some good reason. Er sieht schon wieder so eine, so eine Welt aus, sehr weitläufig. Jetzt. Mit meine Augen offen, nein, so wie der Olymp. Und heute, du musstest es ja sagen, ne? Oh. 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 was übrigens nicht mehr ist ich kenne nur mädchen jesse sohn es you mention um sie sich um das so gesagt okay let's send these guys packing hey since you three seem to know what you're doing mind if I leave this one do you yeah we'll take care of them go on skedaddle you have my thanks er benutzt die antike bezahltechnik der joster familie das weg rennen sommer und ein neues schluss geschwärter das hat dieser neue angriff da sieht so aus irgendwie über hammer wo ist das und den und den alter das ist ein combo abschluss danke von 1 die man nicht naja ich habe verpasst könnt ihr es wagen ich nicht automatisch finisher oder so jetzt glaube ich nicht für waffen oder euro ok es hat einen schutz zauber oder lang auf sauberer ist jetzt die frage ich untersuche erst mal die truhe ich merke wir müssen schon wieder nach einem typen namens flin suchen damit hatte ich doch letztens erst in tales of asperia zu tun muss ich bis jetzt auch nichts anderes machen außer einen typen namens flin suchen und ja da wir sie schon gesehen haben sage ich jetzt jetzt war die die es nicht mitbekommen war wohl wahrscheinlich weiß es schon jeder sowieso aber da ist die welt von rapunzel und ja ich glaube ich weiß nur hat der die englische version dieses film stengelte ist und ich glaube die deutsche version heißt rapunzel da habe ich nie gesehen wollte ich gerne mal irgendwann mal sehen aber kam ich irgendwie nie dazu also also diesen film und einen anderen film wollte schon immer mal sehen und den neueren disney film wenn ihr meinen habe ich es geschafft den irgendwann mal zu schauen aber bei dingens habe ich es leider nicht geschafft bei diesen jahr rapunzel ich will mal kurz gucken wo ich mir vorstellen könnte ich würde mit das sie mit einem kleinen wirbel der gegner heran zieht das gefühl mir wird der film gefallen also ich mag disney firma also warum nicht ich wollte große tröse ich war diese fähigkeit von goofy sehr gut heute große taler camping freuden schon wieder ein mit maus spiel ja ich weiß die heißen anders aber ich nenne sie so okay ist der film eigentlich auch von pixar ich glaube in diesem spiel kommt nur 3d animierte filmwelten vorne ist noch hingefallen also ich glaube ich habe mich gar nicht mehr ich denke ich bin die ich glaube ich denke ich habe sogar ich glaube ich glaube ich habe das war ich habe ich glaube ich habe das war ich habe ich aber auch ich habe es nur für das war jetzt doch Was? Wie geht's? Mein Name ist Flynn Rider. Wie geht's? Who else knows my location, Flynn Rider? Alright, hang on, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a... Oh? Oh, no, no. No, 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 no! Where is my satchel? I've hidden it. Somewhere you'll never find it. So, what do you want with my hair? To cut it? Huh? Sell it? No! Wait, you don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased. I saw a tower. I climbed it. Okay? End of story. Hmm? What? Okay, Flynn Rider. I'm prepared to offer you a deal. A deal? Look this way. Do you know what these are? You mean the lantern thing they do for the princess? Lanterns? The kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment. So I won't be taking you anywhere. Marine Fanny. Something brought you here, Flynn Rider. Call it what you will. Fate. Destiny. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. What? I am serious. Who? Let me get this trait. I take you to see the lanterns, bring you back home. Then you give me back my satchel? I promise. I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it. The three guys in the funny outfits. They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take it. But on one condition. My three sidekicks, come along. Okay. Warum sind ihre Haare eigentlich so lang? Ich meine, jetzt nicht nur in diesem Film. Allgemein, das Märchen Rapunzel. Warum sind die Haare eigentlich so lang? Weil sie sie nie geschnitten hat, weil sie irgendwie seit Kind irgendwie diesen Turm eingesperrt worden ist. Da habe ich mich schon immer gefragt. Irgendwie. Dann gehen wir jetzt mal woanders hin. Let's go. Oh, oh. Weil das habe ich irgendwie noch nie verstanden. Ja, bei Rapunzel. Who put a tower here? What's that? Ich muss ja irgendwie einen Grund haben, ne? Erklammung und Maskenröse. Ich weiß auch nie, ob ich irgendwie den originalen Rapunzel-Film gesehen habe. Damals von Disney. Aber ich meine ja, einmal war vor sehr, sehr lange Zeit. Also ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Außerdem verwechsel ich hier einige von diesen Disney-Prinzessinnen hin und wieder so Dornröschen, Aschenputtel. Und also hat, ich habe die Angewohnheit irgendwie, hier einige von denen immer zu verwechseln. Das ist furchtbar. Die Sache ist die, ich lerne ja irgendwann, ich lerne ja irgendwann diese ganzen stärkeren Zauber. Das heißt, die Verwandlungen davon, ich will, dass ich den Turm fotografiere, alles klar. Da ist meine, also wenn ich zum Beispiel oft genug Feuer einsetze, bekomme ich Feuer, ne? Aber wenn ich dann irgendwann Feuer habe und ich es jetzt oft genug Feuer ein, dann sitze ich Feuer ein, ne? Nehme ich jetzt mal an. Also so läuft das dann, oder? Ich muss immer noch diese Gegner ja alle erleben, fotografieren. Großes Bies und Bugs Wandwerbung sehen. Großes Bies und Bugs Wandwerbung. Okay. Dann machen wir irgendwann mal. Maru Soring. Ich herstelle. Ich denke mal, ich habe so viele von diesen Dingern schon gesammelt, wegen meinen ganzen Offscreen-Abenteuern, aber da habe ich doch noch nicht so viel von denen. Ich habe doch nicht genug. Jetzt kommt er, wenn mein Ding weg ist. Ich habe mich da gestiegen. Aber ich kann sogar darauf reiten. Ich habe hier ein Ding. ich bringe es nicht ich habe mich gerade geheilt an der du hast okay ein tanzier restet ihr das keine doch ihr habt denn schon frau eigentlich nach ich habe meinen schlüssel schweiz hier hochballern müssen kannst du wenigstens mal darauf zeigen oder irgendwie so ich sehe es okay da muss ich auch von oben irgendwo ich kann einfach hoch springen ich habe so gerade hoch geschafft naja ich glaube von da oben den stein wir haben vom turm sich da dann machen da okay apropos ob uns auf uns das ein haar unter und so ne es ist so soft ich bin frei ich bin wirklich frei flin gut zu sehen euch Looks ich bin ich bin her erste mal draußen, gib ihr ein paar Minuten, um es zu gewinnen zu werden erste mal zu? erscheint ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe Mutter wäre so faszinierig, wenn sie wusste, dass ich sie nicht überrascht habe dass sie sie nicht überrascht hat aber das ist okay, ich meine, was sie nicht wissen, wird sie nicht töten richtig? nein, nein, mein Gott das würde sie töten das ist so divertente! ich bin eine schreckliche Frau ich zurückgekehrt ich zurückgekehrt ich nie zurückgekehrt ich bin ein ungewöhnlicher Mensch ich bin ein junger Mensch ich bin ein junger Mensch der beste Tag jaja ich sehe, Sie seien ein wenig mit dir hier ein wenig mehr als ein wenig ein wenig mehr, denn ein wenig? nicht das nicht das ja das stopp da wer sind wer sind du bist kämpft sie mit einer brachfahre hm hm dieser typ nicht gerade dieser was ich unter ein disney prinzen irgendwie kenne aber okay yeah her heart's pulling her all kinds of ways the outside world must seem so big and scary I know how she feels lucky for me you two came along at just the right time and the rest has been unforgettable yep unforgettable just like your face what und vergesst ich bis auf und die beiden sind in unserem team mit gerne mal zum turm wieder zurückgehen dieses foto machen wo bin ich eigentlich man wollte jetzt sagen ja unvergesslich dabei haben wir schon einige erlebnisse vergessen ich sag nur chain of memories also wir haben schon einige sachen vergessen also soviel zu unvergesslich natürlich dann suche ich auf uns items ausrüstung eigentlich gülden und gerade fahren mit der bradpfanne haben wir beiden die bankerszeit es wie das ist auch mal cool glücksbusch haben wir war irgendwie out of character ja sowieso wie deine visage und war das der menschen das ist gut ich will ja genau dieses foto machen okay dann können wir direkt weitergehen aber mir fällt gerade ein ich sollte meinen schlüsselschwert druckballern ja flori brauche ich gut na ja auf dem gleichen level wird na jetzt würde ich noch gerne das foto da machen und dann gucken ob wir ja alles gefunden haben wenn sogar hochkuhl so wer sie um schleife halten richtig geile sachen kriegen wir ja schon boom nur noch mal alles wahrscheinlich nicht aber gehen wir trotzdem weiter ich finde hier noch nicht alles auf anheb mit so einem trend seien ja in diesem spiel okay dann mal auf zum königreich hat er gesagt beträgt der haare so mit sich rum okay wir müssen ja damit rumlaufen die welt richtig schön so richtig hier schön schön grün der synchron sprecher klingt irgendwie so als hätte er oder sie weiß nicht sehr viel probleme die stimme nachzumachen es kommt noch gleich wie gut feind zum ingrediens warum kann ich mit euch reden auf einmal ja lustig wo ich sie nicht so ja genau deswegen er ist nicht gerade sie so wie nennt man hat schizophren eingeschätzt ich schätze warum ist da warum bist du gesucht flennen wird sonst was sagen hallo ist das denn ein plüschbeil was ist jetzt so wenn man sagt mir ihre neugierde uns irgendwie in schwierigkeiten bringen all right I hate to say it but I'm letting you out of this deal what it's way too scary out here let's just turn around and take you home no I am seeing those lanterns no come on Rapunzel it's okay I'm not afraid to face wasser weiß ich nicht über hammer der rüstung Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das denn? Ja, ich muss erst mal wechseln, diese Form, oder? Also nicht so blöd dafür. Wickeldrehungen, okay. Oh Gott. Das ist keine passiert. Das war mal das Ding. Nein. Wir haben so viele Massenvernichtungsangriffe. Also nicht mehr normal. Trotz Kopf. Der Flynn gesehen, der ist auf dem Fass. Was? Umgerollt. Was? Rapunzel? 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 Hatja jemanden? Wer ist da? hallo das war ja auch wesentlich aus kennenzulernen memories malusia welcher jetzt auch unter 100 kontrolle ist wo ich das weiß weil er goldene augen hat das ist ein zeichen dafür dass jemand das herz von sehr not in sich hat und ja haben wir den schon den links hier noch der ok mutter gottel oder goffel ok ja hat mich schon so gefragt wen wir hier in dieser welt treffen scheint so zu sein als wir immer irgendwie ein organisationsmitglied in einer welt treffen ein twilight town fall bist du denn zwei also an zum mund und haben das ja 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 das ist auch für wir gehen wir sind relativ schwach ein gegner ist zum beispiel nicht so effektiv anscheinend viele gegner sind hier noch fest hat das sei fast wieder weg packen schon wieder alle tot trotz kopf kannst du nicht aus ist natürlich ich habe schon mal was ich dir geben kann aber da ist so nützlich nützlich ja 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 komm okay und schon sagen hat corona das schloss heißt so nicht die welt nein oh was ja ich glaube ich habe das funktioniert aber ich wünschte dass es ein nicht nur frei war der junge idee so oder der ones over there ich wusste sogar einsetzen ich denke mal was ist dann am wohnen aber dann merkt es auf uns das haare jetzt mal wieder anfangen zu kochen irgendwann ja recht spaß an allen so refreshing you have to come in okay okay see it feels nice ok ja wenn man die ganzen und ich weiß nicht wie viele jahre hier waren sie irgendwie 18 volljährig gerade weil sich allgemein nicht viel als hier disney prinzessinnen sind jemand die sind alle vorjährig oder bis dann ja jo wächter ist das was sie kann sich an bäumen so dran hängt er sagt auch schon sagen irgendwann wollte ich machen ich habe schon wieder vergessen so ja immer die ganzen oldschool zauber hier ausrüsten als die neuen hier wenn es geht wasser euer jetzt habe ich auch wieder hier so leichter nennen etwas mehr fans sie mag hier lernen wie gravitas oder so herzlose woher ja das war schon wieder so ein wie die blumen greift verdammt Oh, finally. aber erst mal neuer kunden die andere seite versteht jetzt da habe ich ja alles eigentlich glaube ich glaube ja also vielleicht habe ich nicht als ein gesammelt aber ich rede es mir einfach mal ein dass wir heiß gefunden haben ja dann bestimmt schon voll viele emblemen und so verpasst wir haben das schon wieder geschafft 53 minuten noch mal ich würde sagen wir spielen noch mal ihren dinge meister dem ihr ärger auf der straße wäre zu 1 auf der karte und nehmen die gäste auf um sie dann zu empfangen zu aber vor allem ich ihnen zu darstellen ob keine man sehen auf der karte mit x markiert ich war einfach so durch die gegend so dinge wird gezeigt ok diese dinge sind eigentlich normalerweise sehr einfach zu verstehen da braucht man nicht wirklich überschreibung oder so hey mini dafür sind diese dinge irgendwie gedacht leicht zu lernen ok Das Bicke I Sound effector wenn er keine musik ist das irgendwie sehr komisch war ein letztes da muss man sagen hey donald glaube ich weil ich will dann eigentlich sehr einfach wenn er mich fragt es ist da mal ein auto ich will mich auf den armen nehmen komm ich noch mal okay ich wüsste wie viel man immer erreichen muss so viele spiele ist ja vorne gut nur sagen das war es für diese folge der nächsten folge machen wir weiter im günstreich von cola ich bedanke mich alles zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge und